Der XXL-Radsicherheitscheck ist ja eine Aktion, um verschiedene Mottos erweitert wird, wo einfach noch kleinere Aktionen mit dabei sind. Das besondere am Lastenrad ist, dass jeder es fahren kann. Es ist ein Dreirad, es kippt nicht. Wir haben heute das erlebt, dass viele, die am Anfang gedacht haben, sie könnten es nicht, festgestellt haben, das ist doch kinderleicht. Das Zweitbesondere ist daran, dass es elektrogetriebener Motor hat. Das Dritte ist daran, dass es ein Auto teilweise ersetzen kann, indem man von A nach B nicht nur fahren, sondern auch Sachen und auch Kinder oder andere Erwachsene mit transportieren und mitnehmen kann.